Hallo und Willkommen zurück beim Mist. So, wir grusen durch den Nebel des Schreckens. Früher war mit dem Auto mal sicher. Ich weiß nicht, ob das auch immer so ist. Ändl. Da merkt man keinen Hühnerstall. Jetzt ist er richtig gefahren. Da bin ich falsch. Ich glaube, ich bin falsch. Dammte Naht. Ich glaube, wir sind falsch gefahren. Ja. Wie die Säge haben wir in den Kreis gefahren. Ja. Sehr fix. Die Luft ist auch da mitten auf der Strasse. Aber irgendwo muss doch da links weggehen. Da muss ich irgendwo links weggehen. Irgendwo da. Jetzt muss ich rechts natürlich weggehen, wenn wir oben dreht haben. Da geht's doch rechts weg, oder täuscht mich das? Da sind wir schon richtig. Das ist eine Brücke. Ja. Das ist doch hier. Das schaut doch erst einmal gut aus. Lauf einmal zwei Stunden, dann ist der Nebel erfüllt. Schau, ist alles wieder ruhig. Da war auch ein Workbench. Oh, das ist natürlich toll. Das ist ganz toll. Den müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Den können wir nicht mitnehmen. Scheiße. Warum nicht? Ich das jetzt mitnehmen. Braucht man nicht, braucht man nicht. Da beißt ihn eigentlich ein, das Ding. 5er 20 Cent drin. 8er 20 Cent drin. Okay. Dann muss er schon langsam voll. Moment. 5 Minuten zum Feierzeichen auffüllen. Ich glaube, das darf ich selber nicht. Ich hätte mir fast aufs Auto geschmissen. Das wäre auch gut gewesen. Wie gesagt, das ist auch kein schlechter Nut-Container. 3 Reihen, 3 Schubladen. 3 Reihen, 3 Schubladen. 45er schon. So, den Nebel haben wir überlebt. Antiken wohnen wir anscheinend nicht. Ist gut. Na, jetzt brauchen wir jetzt auch nicht. Die brauchen wir nicht. Die brauchen wir nicht. Das brauchen wir schon. Ah. Hobby Tür. Lass da bitte nichts drin sein, was cool ist. Ich komm nicht rein. Rein theoretisch. Mösserst du noch. Umhalten. Nichts. Nichts. Ja, nix. Nein. Da brauchen wir mal nichts. Was zum essen. Das nehmen wir mit. Scrap. Scrap. Nein. Das ist nicht so. Da fahren wir wiegt sehr nix, dann können wir da noch hinfahren, gut, schauen wir ob der Sprint da oben bleibt wo er hin soll, haben wir da irgendwas was stackt, dann gehen noch welche drauf, gehen wir mal essen, haben wir die noch gar wieder ausgeglichen, da gehts jetzt wieder runter, da unten, da hinten, da ist auch keiner, so weit ich seh nicht, und dann fahren wir zusammen, das funktioniert ja super weiter nicht, ok, 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 so wie er es vorher macht, dass du kurz hast jetzt haben wir dabei, so, also da rein, theoretisch über 10 aufgepassen, immer bis sie bemüht ist. Du rüig! Du rüig! Du rüig! Nwe rüig! Du rüig! Du rüig! Da schauen wir jetzt schon mal nach, nicht dass da der Kot irgendwo rumliegt, oder generell ein Kot. Nein, dann haben wir wieder, dann haben wir wieder normale Töne, für Banditen und zum Wösen. Nein, nichts. Okay, dann können wir da nicht einmal herunterlaufen. Jetzt da hole ich eine rein. Schränkt den potenziellen Lutschen wieder ein, wenn man da nicht reinkommt. Ich würde mal sagen, Jungs. Jetzt eine Schießerei mit dem Messer kommt, da hat er einfach mal verloren. Dann kriege ich meine Munition gerade einmal zurück. Und ein doofi 1191. Nicht sehr schön. Immer mehr erhofft. Da ist wirklich nichts mehr. Nicht einmal einen Rucksack. Gut. Ja, wir sind da, wie gesagt. Da hinten noch was ist, keine Ahnung. Ich denke mir jetzt nichts. Da wären wir allein hinterher vorne, da sind wir sonst mit euch rumgekondelt. Dann wären wir da wieder retour von. Dann. Da haben wir irgendwo fahren. Und im Bereich. Boah. Ich glaube das ist eine gute Idee. Ja, was darf man sonst? Erst einmal hoffen, damit wir uns da nicht festfahren. Dann fahren wir da hoch. Dann fahren wir da runter. Dann nehmen wir da die Abkürzung wieder Richtung Hauptstrasse. Woh, 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 woh. Muss er da irgendwo sein? Ja, da ist die Tankstelle. Orientierung ist das halbe Leben. Dann geht es da vorne rechts rein. Genau. Da werden wir jetzt aber da dann mal irgendwo speichern, da ist eine Kreuzung, wir sind dann da rechts rein, heißt die Kreuzung, jetzt da rüber, glaube ich haben wir ganz am Anfang oder da haben wir da irgendwo gespawnt, ja die haben wir schon weiter, Sägemühle, wir fahren mal zur Sägemühle, fährt wie die Sägemühle. Auch die Sägemühle, wo Klee, doch nicht. So, Eierne vergessen, jetzt bin ich was du auf uns wollt. Saugmittel. Saugmittel. Da geht es nicht mehr. Zuschneiden. Da gibt es ja Stoff. Seil um, brauchen wir jetzt aber auch nicht. Auf, ohne Ende. Auf, ohne Wölfe gibt es da. So, wenn man jungen müssen, würde ich sagen, ist es nicht mehr, wenn man wohnt mit Hifu und Sägemühle. Wölksparadies. Wölksparadies. Drei Stück bis jetzt. Drei Stück bis jetzt. Na gut, das hat unsere Kugelsin im Westen angefangen. Das hat aber gescheit gekostet. Das waren wir 60er. Also nicht nur von einem technischer 60er, sondern einfach 60%. Ich glaube, das ist noch nicht ganz fertig da, die Sägemühle. Da kann sich was rein, da waren Wölfe und ein bisschen Altmetall. Dreckpferl mehr gibt es da noch nicht. Und ein Ohrbrett. In der Sägemühle. Ohrbrett. Ohrbrett. Sag schon nichts mehr. Ein oder zwei Bretter. Ei. So fahren sie auch heimlich. Gibt es ja keinen Eingang. Die Halle. War jetzt ja gar nicht so uncool zum Wohnen. Er ist relativ groß. War viel reingebauen. Also drei Wölfe, drei Bretter. Pro Wolf und ein Brett. Na. Da soll ich wohl nicht rein. Nein, da soll ich wohl nicht rein. Oh, vier Bretter. Da muss irgendwo ein Wolf sein. Ja. Zeit. Gehen wir da so rein näher. Das Sägewerk. Ohne Bretter. Komisch. Was war das jetzt? Was war das jetzt? Was war das jetzt? Könnte das mal bloß ein Kacki. Oder? Ja. Ja, ist ein Facki. Ein kleines Schwein. So. Ich glaube da gibt es nichts mehr großartiges zu tun. Wo ist das denn? Wo ist das denn? Wo ist das denn? Das ist ja ein Wolf mitnehmen. Ah, Scheiß drauf. Scheiß drauf. so ist glaube ich schnell sparen funktioniert super geht gar nicht okay dann machen wir es ja so gut dann waren wir in die Seegemühle abgehackt jetzt haben wir das ganze areal da das dann haben wir schon da rauf schauen wir was da so los ist noch was größer als einen Banditen oder also mit Rettung im Camp war keiner da ja schon richtig Da geht die Strasse weiter. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Untertitelung. BR 2018 Entschuldigung, wenn ich die Zunge gefahren habe. War nicht meine Absicht. Irgendwann da war keiner daheim. Da dachte ich, er wohnt woanders. Aber jetzt kannst du ruhig einmal mehr Waffen verlieren. Das war toll. Okuli Kinder waren begeistert. Bei dir bin ich offen zählt ein Schuss und hätte wenigstens durch Waffen verlieren können. Nein, nix. Hopfli. Geil wieder mit der Munition. Genau. So. Nun. Du, du, du. Du, 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 du. Du, nur, mera. Dema was er, wenn du. Ich schau. Den können wir wieder nicht mitnehmen. Schade, den können wir mitnehmen. Oh, was haben wir da? M4A1. Wie schmeckt der Papa? Schauen wir mal, ob die dabei bleibt oder nicht. Was können wir eigentlich mit denen machen? Man kann es nicht mitnehmen. Wir haben die zum Zlinge auch nicht. Haben noch keine Funktion, oder? Oder ist das da was? Rex. Wer ist denn da? Na, der Wawa. Na, der Wawa. Der Kommissar Rex. Da brauchen wir jetzt wieder so einen. Thin. 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 x er hat sich wieder gebrochen schützt wird die zu haupt kaputt das modell mit absicht 8154 jetzt haben wir eine Frage, wenn ich diesen Hund jetzt mitne, muss ich den führern betreuen oder kann ich den daheim einfach rumlaufen lassen so wie die anderen muss ich den mitnehmen jetzt hören wir erstmal raus und viel wichtiger kann der Auto fahren, also mitfahren dass er nicht selber fahren kann ok na komm raus ja wer bist denn du? da bist du ein braver ja ich hab nichts weitergeben kann fuck nicht hau nicht hau ja willst du schon mitkommen hast du jetzt mit im Auto oder? hallo naja schneller bist du ja nicht Leo Teleporthund jetzt drauf der beste Hund der Welt ist der Leo alle alle Welt so wir haben einen Leo wir haben einen Leo wir haben einen Haufen Material und komm bloß mehr ach natürlich haben wir bloß mehr wir haben einen Haufen Schränke dabei wollen wir jetzt die auch gleich alle voll haben das dauert auch wieder Tage bis ich das ausgeräumt habe so was ist jetzt mit dem Leo hat der mit hinterher noch was tut der hat er noch mehr vor dir ne hat er noch mehr vor dir ne da ist ja nicht was ist da was ist da was hast du da gefunden wo bist du da jetzt zielstimmig hergelaufen was willst du mir jetzt sagen da ist ja nichts ei 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 das ist du 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 nein das ist der auf haben wir schon was anderes war cooler gewinnt und er schaut man nicht ins maul renovieren die burschen nicht mit bauern gewundert doch gern mit scharfschützen wie heiser hunting rifle jetzt wird es noch kaputt in dieser welt da geht es noch weiter da wird die Folge länger, mal schauen, was da oben noch ist ein Leo zusammenfahren also stirbt er, kann er sterben ich möchte, dass der stirbt warum kann ich da nicht aufsehen weil da irgendwas wohnt, wenn ich da hinfahre da nicht, okay das war nicht toll, wenn ich einmal Glück gehabt jetzt kann er da die riesen Bays dann bloß die 1, 2, 3, 4, 5 Euro ich glaube in der nächsten Folge werden wir da oben sein, wenn ich das verräumt habe dann werden wir mal ein bisschen was bauen, um Material los zu werden haben wir das eigentlich im Betrieb nicht mehr? wahrscheinlich nicht, oder? das ist nicht vorgesehen ja, da hat er jetzt auch nicht dafür vorgesehen, dass wir da drauf rumkraxelt das ist doch woher ich ja nicht dafür vorher das ist ja der ok schade super die freizei das er frei ist an der fetzen da haben wir da nichts Nichts. Also echt nichts. Schlechter Loot-Punkt da. Da lohnt es sich nicht, dass wir aufgefahren. Okay, ich sage auf jeden Fall Danke fürs Zuschauen. Ein paar Band-Diepen haben wir platt gemacht. Auch wenn es wieder mit dem Auto war, ja gut, einen haben wir erschossen. Mit der Pistole. Aufentfernung vom Turm aber. Mit dem hat der nicht gerechnet. Wir haben einen Haufen Loot, den wir jetzt verräumen. Und dann lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Danke. Servus.